Herzlich Willkommen nach einer langen Pause zu dem nächsten Video von Anyplace. Heute geht es um Toaru Gakaku no Reigun-T, dem Dream Ranker Arc. Dieser beginnt in Anime Abfolge 16 und gilt im Manga von Chapter 71 bis 97. Gestern erschien ein neuer Preview Trailer, der den neuen Arc von Toaru Gakaku no Reigun-T zeigt. Der neue Arc trägt den Namen Dream Ranker und umfasst Kapitel 71 bis 97 des Reigun-Mangas. Der Hangos-Bogen basiert auf den indischen Poker-Karten, mit denen Menschen die Träume anderer Menschen untersuchen und daraus lernen können. So wie auf Ereignissen, die mit ihrem Schöpfer Kuribariuki und dem Bewohner von Academy City zusammenhängen. Die diese verwenden und davon profitieren und diese auch dazu noch verteilen. Der Bogen ist nach dem Dream Ranker benannt, die indische Poker-Karten herstellen. In den Trailer sind neben den Hauptcharakteren auch wieder einmal viele andere bekannte Charaktere und Organisationen der Toaru-Serie zu sehen. Wie zum Beispiel die Clique von Shoko Misaki, Aogami Pierce, School Item oder sogar Scavenger. Episode 16 von Toaru Gakaku no Reigun-T wird am 24. Juli ausgeschreibt. Bloß in Deutschland wird Toaru Gakaku no Reigun-T bei Konchiko in Simulcast ausgestrahlt. Ich bin auf jeden Fall gehypt und freue mich auf die zweite Hälfte. Was haltet ihr von der neuen Season und wollt ihr vielleicht mehr Videos zu Abo? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr keine Videos von uns verpassen wollt, abonniert uns und klickt auf die Glocke. Ich danke euch für's Zuschauen. Ciao! Bis zum nächsten Mal.